Hallo Leute und willkommen zurück bei Rocket League gemeinsam mit Lunatico! Servus Leute! Yeah! Das sind wir wieder und es geht auch gleich los! Ja! Gehen wir noch ein bisschen ins Training. Putz! Und Playstation-Bot! Yeah! Da brauchte ich mal am längsten! Playstation halt, nicht die schnellste! Tja! Oi! Hey! Mehr geschoben als geschossen, aber egal! Ja! Weg ist weg! Ah, meine lieben Zuschauer, ich warne euch gleich mal vor! Es kann sein, dass ich mitten in der Folge nichts mehr sagen werde, weil... äh, ja, Anruf und so, von vorher. Kann sein, dass das gleich nochmal vorkommt. Ich werde mich dann halt einfach stumm schalten. Tut mir leid für die Unannehmlichkeiten, aber... Es muss sein. Tja, diese Playstation-Spieler. Ja, können nichts außer zerstören. Ja, du wärst mal ein bisschen. Ha, ha, ha! Wow. Ach. Ah. Komm putz. Nur am rumkicken. Tja. Nein. Ich war zu schnell. Ah. 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 Ich habe den auf der linken Seite den kompletten Boost genommen. Okay. Okay. Wah. Sehr schön. Danke. Wah. 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 Oh. Nein. Wow. Wah. 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 Ah. Ah, ich wollte ihn aufhören. Ja. Ja, ich bin. Ja, ich bin. Ja, ich bin. die Hau die Hau aber gedacht aber gedacht war noch braucht ich dachte es war 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 ich weiß jetzt nicht, wo diese leichte Verschiebung herkommt das geht bitte ja ich hoffe, das passt dir so war und ich werde noch weggedrängt wow ich habe gedacht, er macht es schon was ah, der ist zu hoch warum macht er mir nur doppelsprung her fat finger ja ah fast ja 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 einfach irgendwas ja ah ja 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 ich habe dann überhaupt keinen Plan mehr gehabt, wie der Ball kommt ja 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 wow ja 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 Oh, hättest du was gesagt, ey. Das Mops nimmt ja auch noch überall den Boost. Ha, 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 ha. Und ich fliege. Jetzt nimmt der sich den Boost da. Da schießt ein Tor. Du Arsch. Nein! Ich hasse es. Manchmal werde ich voll weggeschleudert, wenn ich diesen Move mache. Manchmal passt perfekt. Wow. Na dann, kriegen wir nochmal aufs Maul. Oder auch nicht. Wir haben sie jetzt insgeheim gewinnen lassen. Ja. Genau. Nein. Ich habe gerade mehr Glück als verstanden. Ah, genau deshalb. Wow. Hm. Nö. Nö. Ach. Nein. Und putz. Yes. Nein, ich war nicht schnell genug. Ich hatte einfach nur gehofft, dass ich ihn ins Tor schieben kann, wenn er auffällt. Nein. Sehr gut. Okay. Das war was. Gut, dass ich gerade nicht Goose holen gefangen bin. Aha. Äh. Ja, ich bin's schräg gestanden. Ach. Jetzt auch, dass es weiterkommt. Ah. Ah, nein. Lord. Uh-hü. Mihal. Kein Boost mehr. Jetzt habe ich wieder. Ach. Boah. Hm. Ich bleibe mal ein bisschen defensiver. Ach, Mann. Ach. Ah. Hm, 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 hm. Ja, genau. Ich kriege keine Parade. Oh, Mann, ey. Oh, Mann, ey. Fuck. Oh. Oh. Genau. Jo, Nachspielzeit Michau Nein Oh Ja, Manu Ich komme Ich fahre wieder zurück Nein Ja, Damit hatte ich nicht gerechnet, dass sie ihn in der Luft trifft Dass es so trifft Oh, das war's Das war's glaube ich auch von dieser Folge Genau Tjo, so schnell geht's So schnell kann man verlieren Ja So, kann man euch zeigen wie man's nicht macht und Gut, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder Ja Ciao Bis zum nächsten Mal Tschü tschü Ja tschü Ja 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 Vielen Dank.